Wie kommt das? Normalerweise hat CC noch mal so viel Geld im Safe. Wieso ist kein Schmuck da? Na hör mal, das sind 20.000 Dollar. Dafür komm ich nach Rio und kann mir ein Zimmer mieten. Ich hab gedacht, es reicht für den Rest meines Lebens. Du rufst doch deine Freundin in Vegas an. Sie werden dir mit Vergnügen aushelfen. Das glaub ich auch. Mein One-Way-Ticket zur Hölle. Sophia hat bei der Scheidung offenbar ganz schön abkassiert. Du glaubst nicht im Ernst, dass du damit durchkommst, oder? Sie sollte jetzt eigentlich in der Oase beim Essen sein. Oder, Craig? Gut, sie ist nicht da. Und zu deiner Frage, doch, ich glaub es und du wirst mir helfen. Nur über meine Leiche. Das würde sich machen lassen. Und zwar gleich, wenn du nicht von der Tür verschwindest. Na komm. Weißt du, Kelly, es ist kaum zu fassen, dass die Augen, die mich sonst so lieb angeschaut haben, bloß noch Hass widerspiegeln. Ich hab dich nie geliebt. Hallo. Hallo. Möchtest du nicht mit mir zu Abend essen? Normalerweise lieben gern, aber heute Nacht war der Teufel los. Craig ist ausgebrochen. Ja, ich weiß, Ted hat angerufen. Ich möchte, dass du hier wohnst, bis sie ihn wieder gefasst haben. Danke für mich nur Wasser. Aber wieso denn? Ist doch immer das Gleiche mit den Ganoven, wenn sie entkommen können. Craig hat geschroren, er käme zurück, um es uns heimzuzahlen. Allen Capwells. Mir sicher nicht. Ich bin keine Capwell mehr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er mir etwas antun würde. Ich handle in Sissis Auftrag. Oh. Also gut. Ich sorge mich eher um Kelly, weil sie doch ganz allein im Haus ist. Cruz hat sich schon bei ihr gemeldet. Und bislang hat Craig sich nicht dorthin gewagt, aber zur Vorsicht hat Cruz dort einen Wagen postiert. Und Sissi, wo ist der? Er ist verreist. Mit Santana? Ich glaube schon. Da haben Sie ja Glück, nicht wahr? Immerhin sind Sie so nicht direkt in Gefahr. Entschuldigen Sie mich kurz. Hallo, Cassie. Was feiern Sie denn? Den Unabhängigkeitstag. Im Januar? Wir Lockridges sind irgendwie verdreht. Das wissen Sie doch. Uralte Familientradition. Oh. Aha. Allmählich dämmert es mir. Ich werde übrigens gleich mit Lionel essen. Dann erfahre ich sicher noch mehr über Ihre Familientradition. Wirklich? Wollen Sie eine Ihrer diversen Zeitungen vielleicht durch ein Lockridge-Feature etwas interessanter machen? Wohl kaum. Nein. Aber ich glaube, um jemanden besser kennenzulernen, sollte man die Leute fragen, die er gern hat. Ich bin sicher noch viel zu kurz an in Lockridge, deshalb halte ich mich vorsichtshalber raus. Wenn Sie wollen, können Sie trotzdem mit uns essen. Es gibt so vieles, was ich von Warren noch nicht weiß. Welche Vorlieben hat er und was kann er nicht ausstehen? Zu eins. Warren liebt Madeira, die 63er Dodgers und Harry Connick Jr. Zu zwei. Er will nicht bevormundet werden, hasst weiße Schokolade oder wenn ein Konkurrenzblatt auf dem Frühstückstisch liegt. Ansonsten sind Sie nicht festgelegt. Doch, ich hab mich festgelegt. Und zwar auf Warren. Schönen Abend noch. Ist sie ausfallen geworden? Ich stecke nicht nur ein, ich teile auch aus. Du bist gemein, wenn du getrunken hast. Bei dir als Vorbild, kein Wunder. Dein Vorbild ist augenblicklich völlig trocken. Aber damit niemand denkt, du musst allein trinken, leiste ich dir mit einem Glas Wasser, Gesellschaft. Oh bitte, tu mir keinen Gefallen, ja? Warren ist nicht gekommen. Ach, halt die Klappe. Ein schwerer Schlag. Alles zwischen euch war nur Lüge. Die Lüge ist beseitigt. Bleibt die Frage, wo ist Warren? Soll ich dir was sagen? Frauen gehen von dem Irrtum aus, dass Liebe für Männer den gleichen Stellenwert besitzt. Ich hatte dich davor gewarnt. Warren führt vielleicht schon wieder irgendwas in Chile. Hoffe ich zumindest. Ich hoffe, dass er sich etwas Hervorragendes einfallen lässt, um sich für deinen gemeinen Verrat gründlich zu revanchieren. Dann wäre es wohl besser, wenn ich mich in Acht nehme. Angela sieht mich noch immer blutrünstig an, Craig ist draußen und versucht vermutlich zu vollenden, was er verpatzt hat. Und außerdem dürfte ich auf Warrens Abschussliste den dritten Platz einnehmen. Gleich hinter Augusta und Leine. Wie beurteilst du deine Chancen? 3 zu 1? Ich denke, einer müsste sein Ziel doch eigentlich erreichen. Ich darf hoffentlich dabei sein, wenn es endlich passiert. Vodka. Bitte sehr. Ich denke, Wie schmerzlich es doch ist, etwas zu verlieren. Aber wieso lässt der Himmel zu, dass es Mutter und Vater sind? Gut, ich erwarte, dass Sie mich alle 15 Minuten anrufen. Und zwar pünktlich, weil ich sonst davon ausgehen muss, dass Sie Verstärkung brauchen. Also rufen Sie unbedingt alle Viertelstunde an, ja? Danke. Groß? Ja? Nichts Neues von Hand? Zumindest nichts aus dem Capwell-Haus, aber in dem Fall ist mir das bedeutend lieber. Du sorgst dich um Kelly, hm? Nein, überhaupt nicht. Ich habe sie vorhin erreicht und sie meinte, es geht ihr gut. Darf ich dich was fragen? Was? Hast du Susan wieder gesehen? Da war ein Mädchen, das genauso sprach und genauso aussah, aber mehr hatten sie nicht gemeinsam. Das meinte ich ja gerade. Sie macht anscheinend so etwas wie eine Metamorphose durch. Von mir aus nenn es, wie du willst. Mir gefällt es nicht. Aber gerade das will sie vielleicht. Hallo? Hallo Kelly, ich bin's. Ich wollte mich nur erkundigen, ob alles in Ordnung ist. Ja, mir geht's gut. Gut, zwei meiner Leute sind draußen, also du kannst beruhigt sein. Falls Craig auftauchen sollte, käme er nicht mal aufs Grundstück. Aber ich wäre ehrlich gesagt überrascht, wenn er nicht schon in Mexiko wäre. Ja, aber Craig kann mich nicht mehr überraschen. Soll ich rüberkommen und die Gesellschaft leisten? Nein, ich bin okay. Ich gehe sowieso ins Bett. Ich bin müde. Dann schlaf schön und vergiss nicht abzuschließen. Ach, ist Teta? Er ist unterwegs. Und Sissi ist noch nicht wieder zurück? Nein, er und Santana sind nach San Francisco geflogen, um ein paar Dinge für das Haus einzukaufen, weißt du? Klingt interessant. Schwer vorstellbar, dass Sissi von einem Möbelladen in den anderen geschleppt wird. Aber es soll seltsameres geben. Ja, das kannst du laut sagen. Dann lege ich jetzt auf. Du weißt ja, wo ich bin, falls du mich brauchen solltest. Okay. Dann gute Nacht. Gute Nacht. Und? Geht's Kelly gut? Ja, sie sagt, ähm... Sie ist okay. Was ist denn? Was ist was? Wie war ich? Nicht so gut, Kelly. Weißt du, du redest einfach zu viel. Gehen wir. Und wohin? Wohin wir gehen? Wir gehen nach oben. Wir nehmen den Damen des Hauses die Klunker ab und dann fahren wir zu Sophia. Und danach zum Flughafen. Na, komm schon. Wir schaffen das schon. Ja. Steh auf! Die Kunker war auf! Vielleicht sollten wir unser Gespräch neu anfangen. Könnten wir das Thema nicht einfach fallen lassen? Hört zu, es wäre doch möglich, dass Warren im Stau steckt. Vielleicht macht er die Steuererklärung oder aber er muss heute länger arbeiten. Die Rush Hour ist längst vorbei. Ich mache seine Steuererklärung. Und in der Redaktion hat man mir gesagt, er sei schon lange weg. Wenn du es unbedingt wissen willst, er wollte heute zu Augusta und ich denke, sie hat ihm reinen Wein eingeschenkt. Glaubst du wirklich? Dann lass ihm Zeit. Es muss ein furchtbarer Schock sein, herauszufinden, dass der Mann, den man immer für seinen Vater hielt, es in Wahrheit nicht ist. Ja, aber der Schock dürfte noch viel größer werden, wenn er erst erfährt, dass du all unsere Qualen hättest verhindern können, weil du eingeweiht warst. Dass du dich aber aus egoistischen Gründen nicht dieser Mühe unterziehen wolltest. Du wirst mich doch nicht verraten. Bei der ersten Gelegenheit. Wenn ich du wäre, würde ich auf Rache lieber verzichten. Warum sollte ich? Schließlich hast du dafür gesorgt, dass andere sich quälen mussten. Wieso solltest du ungeschoren davon kommen? Ganz einfach, weil du dich selbst bloßstellen würdest, wenn du mir eins auswischst. Wie willst du Warren klar machen, dass du die Wahrheit schon vor ihm gewusst hast? Und dass du es vorgezogen hast, deine Spielchen zu spielen, anstatt ihm alles zu sagen? Nein, ich spiele keine Spielchen. Nein? Vielleicht schaust du mal in die Morgenzeitung. Guck mal, was auf Seite 5 geschrieben steht. Dort sucht man ein Synonym mit sieben Buchstaben für unehrliches Kind. So habe ich das nicht ausgedrückt. Du hast Warren mit Buchstabenrätseln gequält. Ausgerechnet du musst mir Spielchen vorwerfen. Oh, Cassie. Hier geht's doch wohl mehr um die Spielregeln. Und wie auch immer du das siehst, du hast dich selbst ausgetrickst. Junne, es geht um diesen alten Kredit. Das Startkapital für Warrens Zeitung, den möchte ich gerne ablösen. Das eilt nicht. Nein, das ist mir schon klar, aber seit die Rundschau Gewinn abwirft, also halte ich es für sinnvoll, sofort alle Schulden zu begleichen. Mhm. Haben Sie das mit Warren geklärt? Ach, das ist überflüssig. Dieses kleine Geheimnis können wir genauso gut für uns behalten. Keine Heimlichkeiten. Und wenn es Warren betrifft, schon gar nicht. Spricht hier jemand von Heimlichkeiten? Ich habe das Gefühl, dass es keine mehr geben wird, bevor der Abend vorbei ist. Und dass wir auf eine Katastrophe zusteuern. Was fantasieren Sie da wieder, Mason? Sie haben es erfasst, Angela, er fantasiert. Die Fantasien eines Verrückten. Sind wir nicht alle ein bisschen verrückt? Willst du dich wirklich nicht zu mir setzen? Liebend gerne, aber ich fahre erst mal nach Hause und sehe nach Kelly. Eine gute Idee. Grüße Sie bitte von mir. Ja. Das mit dem Bett ist ja ein toller Trick. Wo hast du den her? Aus irgendeinem Gangsterfilm? Gefällt er dir? Auf die Art wird jeder, der in dein Zimmer sieht, davon ausgehen, dass du festschläfst. Cruz bestimmt nicht. Cruz, Cruz, Cruz. Du hast ihm nicht etwa einen Tipp gegeben? Wie zum Teufel hätte ich das machen sollen, während du an mir dran hingst? Das wäre leicht. Er ist nämlich schlau. Er würde Morgenluft wittern, wenn irgendetwas nicht stimmt. Ich habe einen Code benutzt, das gebe ich ja zu. Und als ich Ted erwähnte, habe ich eigentlich gesagt, dass Craig Hunter ist und eine Waffe bei sich hat. Kelly ging mir nichts auf die Nerven. Hast du mich verstanden? Ich habe nichts zu verlieren. Und das macht einen gefährlich, wenn du weißt, was ich meine. Die Klunker. Die müssen wir uns jetzt mal ansehen. Wer gewinnt? Wir kaufen. Du hattest von Cézanne gesprochen und, ähm, dass sie sich meinetwegen so verändert. Nicht deinetwegen. Eher im Gegenteil. Es hat sie überfordert, jemand sein zu wollen, der sie einfach nicht ist. Und das nur, um dir zu gefallen. Sie hätte sich für mich nicht verstellen müssen, das habe ich ihr gesagt. Ich habe sie auch so sehr gern. Stell dir doch einmal vor. Die Frau, die dir alles bedeutet hat, hätte nie wirklich existiert. Und nehmen wir einmal an, dass Cézanne so ist, wie sie sich jetzt liebt. Faszinierend und interessant. Würde es sich nicht lohnen, sie kennenzulernen? Warum nicht? Aber ich fürchte, die wahre Cézanne ist nicht scharf darauf. Anscheinend mag sie mich nicht. Dann hör auf mich und ruf Cézanne an. Ich glaube, ich sollte Kelly noch mal anrufen. Sie hat was gesagt, das, äh, das nicht ganz stimmt. Oh, die durfte auf dem Schwarzmarkt eine Menge bringen. Die hat der für Santana gekauft. Für Santana? Du brichst mir das Herz, Kelly. Aber damit soll sich die Versicherung rumärgern. Geh schon ran. Aber mach ja keine Mätzchen, verstanden? Sie ist nicht mal in Erwägung. Hallo? Ja, ich bin's. Gut, dass du noch wach bist. Entschuldige, dass ich dich noch mal störe, aber mir ist da was aufgefallen, das mich irritiert. Ich habe gestern mit Santana gesprochen und sie sagte mir, dass sie mit Cézanne nach Los Angeles fliegt. Was hab ich gesagt? Du sagtest San Francisco. Ach, wie dumm von mir. Aber weißt du, mein Vater verreist so viel. Ich bring das durcheinander. Ist nicht so wichtig. Sag mal, bist du wirklich okay? Ja, wieso fragst du mich das ständig? Tut mir leid. Ich, ähm, wahrscheinlich säug ich mich einfach. Es geht mir sehr gut. Gute Nacht. Gute Nacht. Was war das für eine Schauergeschichte? Du sagst, du hättest nicht gewusst, wo Cici sich aufhält? Sowas hast du noch nie verwechselt. Versuch du mal klar zu denken, wenn dir einer eine Kanone an die Stirn drückt. Wie soll denn das gehen? Du bist geschickt. Du hast was drauf. Und das weiß Cruz genau. Also verzerrst du die Story ein wenig, damit er Verdacht schöpft, hm? Nein. Du siehst Gespenster, Craig. Vielleicht bin ich. Aber ich bin kein Dummkopf. Und wie ich Cruz kenne, wird er noch mal nach dir sehen wollen. Und wenn er auftaucht, oh ja, oh ja, dann werden ihn meine Freunde begrüßen. Wieso brauchst du dich? Such Vorsicht. Wenn dir was passieren sollte, und das weiß man nie, dann sind immer noch meine Freunde da, die mir beistehen. Mist, Kerl. Ja, das bin ich. Das war nicht immer so. Da war nämlich einmal eine wunderschöne Prinzessin und ein Habe-Nichts hatte sich in sie verliebt. Weil ihr Vater reich war. Mach dich nicht so klein, Prinzessin. Wenn ich dich bekommen hätte, würde ich auf das Vermögen pfeifen. Tust du mir das hier nur deshalb an, weil ich dich nicht haben wollte? Jetzt überschätzt du dich ein wenig. Wie sich herausstellt, da hat C.C. mich protegiert. Aber da ich wusste, wie das hier läuft, hätte ich auch wissen müssen, dass er mich irgendwann aus dem Nest wirft. So wurde ich in einem einzigen Leben gleich von zwei Capwills abgewiesen. Und daher hasst du uns, stimmt's? Kelly, ich hege weder für dich noch für C.C. irgendein Gefühl. Jetzt geht es mir nur darum, dich zu benutzen, und zwar zu meinem Vorteil. Jeder kämpft für sich alleine, nicht wahr, Craig? Stimmt, haargenau. Die Bande hat mich abgesägt, mein Apartment zerstört und meine Unterlagen verbrannt. Ich bin zum Abschuss freigegeben. Du hast ja richtig tolle Freunde. Ich hab versucht, es zu erklären. Sie sind nicht gegen mich. Es geht ums Geschäft, und sie tun nur ihren Job. Jetzt kommt es nur auf mich an. Ich muss eben verhindern, dass sie ihren Auftrag erledigen. Ah, jetzt komme ich ins Spiel. Jetzt kommst du ins Spiel. Du hilfst mir, Zeit zu gewinnen, Kelly. Zeit, die ich brauche, um an den Clowns vorbeizukommen, die Cruise da draußen postiert hat. Zeit, um bei Sophia einzusteigen, die Klunker zu stehlen. Zeit, zum Flughafen zu fahren, bevor Cruise hier auftaucht und du ihm sagen kannst, was für ein Schwein ich bin. Und wenn ich nicht mitspiele, was ist dann? Dann bringe ich dich um. Wenn die mich kriegen, töten sie mich. Aber irgendwann sterben wir ja alle mal, hm? Okay. Was hatte die Wache für eine Nummer? 19? Okay. Sag, du willst ins Bett gehen. Und sie möchten das Licht ausmachen. Hallo? Ja, nun? Ähm, ich möchte schlafen gehen. Sie können das Licht ausmachen. Ist gut, Miss Köpfe. Warte nach. Sehr gut. Ladies first. Und noch eins. Ja, keine Mätzchen. Das wären nämlich dann die letzten. Kelly? Ich bin's. Mason, bist du noch auf? Bist du da drin? Warren! Was hat dich aufgehalten? Frag, liebe, was hat man mir vorenthalten? Und mit wem vertreibst du dir jetzt die Zeit, Cassie? Ich hatte gehofft mit dir. Ich hatte gehofft mit dir. Warren, ich hab auf dich gewartet. Noch eine Runde. Ach, komm, setzen wir uns da. Meine Mutter hat das vorhin auch gesagt. Hast du mit ihr geredet? Natürlich hast du das. Du siehst ihn nicht mehr ähnlich. Wir sollten miteinander reden, aber nicht jetzt. Ich muss sehen, wo Lionel ist. Ich bin jetzt genau in der richtigen Stimme. Da bist du ja. Ich hab mich schon einsam gefühlt. Dein Vater hat mich einfach im Stich gelassen. Oh, dich auch? Und ich dachte, dass Lionel und ich uns gut verstehen würden. Es scheint wirklich so zu sein, dass man die Menschen nie richtig kennt. Eine sehr interessante Anmerkung. Vielleicht zitiere ich dich mal. Such die Fehler nicht nur bei den männlichen Lockridges. Bei jeder Naturkatastrophe kannst du dich darauf verlassen, dass deine Frau aus dem Lockridge-Clan nicht weit ist. Wo ist Lionel Lockridge? Na komm, ich glaube, du kannst deinen Kaffee vertragen. Nein, ich will keinen Kaffee, danke. Warren, war irgendetwas mit Augusta? Augusta? Meine Mutter. Sie ist so ein kleines, boshaftes Miststück. Entschuldige, ich muss einem kleinen Mann die große Welt sehen. Okay, ich werde dich die Treppe raufbringen. Cassie? Es gibt Orte, die muss ein Mann allein aufsuchen. Anscheinend hast du ein bisschen zu viel getrunken. Ach, erzähl mir nicht, dass ich zu viel getrunken hätte. Sophia? Warren! Ist Lionel irgendwo da unten? Nein, soweit ich weiß, ist Lionel gegangen und hat Mason nach Hause gebracht. Auch gut. Nun, dann sollte ich mich wohl auch dorthin begeben. Ach, ach, da fällt mir was an. In den vergangenen zwölf Stunden habe ich vier der Frauen getroffen, die mein Leben entscheidend verändert haben. Megens, Augusta, Cassandra und sie. Ganz unter uns, meine Liebe. Sie sind die Grande Dame in dem Quartett à la Bonheur. Was soll das bedeuten? Ich habe die Rolle gemeint. Sie spielen sie seit Jahren. Sie sind die Maitrice meines Vaters und die bewunderte gnädige Frau. Und zur dreitausendsten Wiederkehr des Tages, an dem mein Vater in ihr Bett durfte, ist alles über uns hereingestürzt. Das Haus ist zusammengebrochen. Wir sind ruiniert. Kelly? 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 Der Wagen steht draußen, dann wird's ihr wohl schlafen. Rosa? Ted? Eine richtige Friedhofsruhe. Habt ihr eure Gäste schon immer vor der Haustür kontrolliert? Ich wusste nicht, dass du kommst. Das Haus wird bewacht, weil ein Verrückter frei herumläuft. Ja, den besuche ich gerade. Was hast du da vorhin gefaselt über Heimlichkeiten und Katastrophen? Ich dachte, das Altertum wäre dein Fachgebiet. Schon in der Bibel wird das Ende der Welt prophezeit. Stell dir vor, ich wäre einer von denen, die an den Straßenecken ihre Heftchen anbieten. Brüder, erwacht! Tut mir leid, es muss sein, Schätzchen, sonst brützt dir die Lunge aus dem Hals. Dann haben wir schlecht geschaut. Tja, dann hören wir doch mal, was da los ist. Geht es um Warren? Hast du mir irgendwas verschwiegen? Willst du eine Liste haben? Lass die Scherze, Mason. Ich weiß, dass Warren bei Augusta war. Sie hat hoffentlich noch genug Verstand, ihm nicht die Wahrheit zu sagen. Und dann diese Anzeigen in der Zeitung, der Stammbaum und so weiter. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass du mir nicht sagst, was du weißt. Nein. Sollten mir vielleicht die Ohren klingeln? Warren, was willst du denn hier? Ich bin dir gefolgt. Ein Uniformierter hat mich gerade abgetatscht. Hallo, Mason. Warren? Und wie geht's dir? Tja, das ist schwer zu sagen, wenn man bedenkt, welches besondere Ereignis uns hier heute zusammenführt. Welches Ereignis meinst du? Dass das hier unser erstes und letztes Vater-Sohn-Gespräch werden wird. Du weißt doch, wie sowas läuft. Wir können da reingehen, du nimmst mich auf den Schoß und dann erzählst du mir von den Yankees und wo die Babys herkommen. All diesen Quatsch. Ja, ist schon gut. Vielleicht gehen wir lieber nach Hause und machen das unter uns ab. Nein, 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 nein. Wir bleiben hier. Für Mason. Es wäre mir lieb, wenn Mason das alles mit anhörte. Du solltest mitschreiben für die Nachwelt. Weißt du, Mason, schon von klein auf nanntest du mich immer Bastard. Weißt du das noch? Cheers. Du hattest recht. Du warst also bei deiner Mutter. Mann, du kannst haarschhaft kombinieren, stimmt's, Dad? Paps. Väterchen. Ach, das klingt irgendwie nicht so ganz richtig für meine Ohren. Wir müssen einen neuen Namen für dich finden. Tun wir das. Gehen wir irgendwo hin, wo wir etwas unter uns sind. Meinst du nicht auch? Nein, nein, wir bleiben und klären das hier. Danke vielmals. Was willst du? Das wäre eine Schlagzeile. Die ganze Welt soll davon erfahren. Ich bringe es vielleicht gleich morgen früh auf der ersten Seite raus. Aber wie nennt man sowas? Ich brauch die passende Schlagzeile. Hilf mir, Mason. Wenn's um Knalleffekte geht, bist du doch Experte. Damit hatte ich schon zu oft Probleme. Mach das mal lieber ohne mich. Geh bitte nicht. Ich war heute bei meiner Mutter. Wie geht's ihr? Unter den gegebenen Umständen gar nicht mehr so schlecht. Sie ist zu dünn. Etwas blass und eingefallen. Aber wenn man bedenkt, was sie im letzten Jahr durchgemacht hat, ist das wohl normal. Und ich... Ich weiß jetzt warum. Willst du das erzählen oder soll ich? Mach du das. Ist es nicht seltsam, dass immer drei Dinge auf einmal passieren? Ich habe drei Dinge erlebt, die euch die Schuhe ausziehen werden. Erstens. Ich hatte Kassandra nach Singapur gebeten, um mich dort zu treffen. Dort habe ich beiläufig erfahren, dass wir blutsverwandt sind. Und ein ziemlicher Schock, hm? Meine Mutter war auch da. Und ihr wurde klar, dass wir das Schicksal gegen uns haben. Es warf sie natürlich total aus der Bahn. Ihre Gewissensbisse und... und der Alkohol haben sie zerstört. Und immer wenn ich sie fragte, was sie hat, musste sie weinen und sich übergeben. Warren, wir alle haben ihr gesagt, sie soll nicht mehr trinken. Und das kommt ausgerechnet von dem Mann, der sie dazu getrieben hat, zur Flasche zu greifen. Und damit wäre ich bei Punkt zwei. Du hast ungefähr zu diesem Zeitpunkt begonnen, dich von ihr langsam, aber unaufhaltsam zurückzuziehen. Und? Weißt du auch den Grund? Jetzt bring mich doch nicht durcheinander. Halt dich aus meiner verdammten Story raus. Ich verliere sonst den Faden. Und ich habe, weiß Gott, schon mehr als genug verliebt. Das geht mich nichts an. Wie war das, Mason? Ich höre wohl schlecht. Wann hättest du je eine Möglichkeit verpasst, deine Nase in Dinge zu stecken, die nur die Lockwitches betreffen? Davon lebst du doch. Und damit kämen wir, ohne große Umschweife, schon zu Punkt Nummer drei. Und wie oft dürfen wir raten? Ich wette, du kannst mir die nächsten drei Fragen aus dem Stand beantworten. Wer wusste, dass Cassie und ich uns liebten? Wer musste ständig darauf anspielen? Und musste in unsere offenen Wunden obendrein noch Zeit streuen? Gibst du bereits auf? Der viele Alkohol ist nichts für dich. Und ich weiß, wovon ich rede. Wirklich? Mhm. Du glaubst, du warst schon so weit wie ich? Das kann ich mir nicht denken. Aber ich will euch davon erzählen. Warren, was war mit deiner Mutter los? Gesagt hat sie nicht viel. Aber was sie gesagt hat, war die Wahrheit. Sie hat mir alles gestanden. Wer meinte es, Mason? Hier gibt's keine Ausflüchte, keine zündenden Phrasen, keinen Shakespeare. Sogar Shakespeare lag falsch. Weißt du, was Shakespeare gesagt hat? Er sagte nicht, der weise Vater erkennt sein Kind. Sondern das Kind erkennt seinen Vater. Das spricht nicht gerade für meine Intelligenz richtig. Weil ich nicht sagen kann, wer mein Vater ist. Der Mann, dem ich jetzt gegenüberstehe, ist nämlich nicht mein Vater. Er ist ein Traumtänzer. Er ist ein gemeiner Betrüger. Aber eins ist er nicht. Er ist nicht mein Vater. Verdammt! Warren. Nichts weiter als simple Verwandtschaft. Aber du bist ja nicht einmal das. Meine Mutter wurde damals schwanger. Aber nicht von dir. Es tut mir leid. Was tut dir leid? Dass es nun mal so ist oder dass ich es erfahren habe? Ich danke Gott, dass du nicht mein Vater bist. Sonst würde in meine Adern das Blut eines Feiglings fließen. Tut mir leid, dass du das so siehst. Wir gehören zum Bund der Feiglinge. Was war das, Mason? Ein Kommentar aus olympischen Gefilden? Du siehst mich groß an. Ich kann nicht erkennen, dass dich das irgendwie schockiert hat. Und? Was willst du von mir hören? Gar nichts? Von dir erwarte ich überhaupt nichts. Von dir dafür umso mehr. Ich will wissen, wer mein Vater ist. Du meinst, wer dein leiblicher Vater ist? Ich meine meinen Vater. Hat Augusta nichts gesagt? Ich habe sie gefragt. Dieses zerbrechliche Wesen. Nur noch ein Schatten der Frau, die ich mal kannte. Seit zwei Monaten Aufentzug, zitternd wie Espenlaub. Ich habe sie gefragt. Ich habe sie verflucht. Und ihr die Meinung gesagt. Ich habe sie geschüttelt und sie angebeult. Dann weinte sie. Und ich habe mitgeweint. Und bevor ich ging, nahmen wir uns nochmal in die Arme. Ich war traurig, aber nicht klüge. Deine Mutter liebt dich und deshalb hat sie auch geweint und... Erspar mir doch dein Verständnis. Ich habe nicht um mich geweint. Ich weinte um dich. Weil ich heute meinen Vater verloren habe. Und weil du für mich ab sofort nicht mehr länger existierst. Das sagst du nicht im Ernst. Erzähl du mir nicht, was mir ernst ist! Ich sagte, du existierst für mich nicht länger. Ich will von dir nur noch wissen, wer mein richtiger Vater ist und wo ich ihn finde. Los, raus damit! Das bist du mir schuldig, nachdem ich so viele Lügen erleben musste. Du bist es mir schuldig. Sag mir, wer mein Vater ist. Ich komme nicht weiter. Naja, sag ich doch. Das ist eben nichts. Ich weiß, geht nicht auf. Darf ich mal? Entschuldige bitte. Suzanne wollte nicht mit dir reden. Habe ich recht? Ja, sie wollte mich nicht sprechen. Und was macht man dann? Das fragst du mich? Sollte ich? Na gut, setz dich. Ein kluge Mann hat mir mal gesagt, es gibt nur einen Weg, eine Frau zu erobern. Und zwar mit einem Hut. Du nimmst ihn und gehst. Oh ja, gefällt mir. Vielen Dank für deinen Rat. Und wenn man keinen Hut hat? Dann kauft man sich einen. Du hast noch nie deinen Hut genommen, wenn Rosa in der Nähe war. Hey, das ist nicht fair. Nein. Nein, versuch du mal wegzulaufen, wenn die Frau, der du entkommen willst, dich ständig über deine beiden linken Füße stolpern lässt. Oh, Cruz. Weißt du, Papa, das klingt, als ob du schlimm dran wärst. Nein, ich habe es sehr gut, wenn du verstehst, was ich meine. Ich habe es äußerst gut. Wow. Tja, würdest du mich kurz entschuldigen? Ich laufe mal eben rüber und sehe nach Kelly. Du machst dir immer noch Sorgen, ihretwegen? Nein, nein, sie sagte, sie wäre okay. Aber ich will mich vorsichtshalber nochmal vergewissern. Das kann ich verstehen. Hey, warte mal. Was dagegen, wenn dein Alter mitkommen würde? Ich gehe auch auf den Sozius. Ist das eine selbstlose Geste oder hoffst du dabei, Rosa, über den Weg zu laufen? Rosa, ich bitte dich! Wirklich nicht? Kein Gedanke, überhaupt nicht. Habe ich doch gesagt. Kannst du zwischendurch mal anhalten? Weshalb denn? Ich will mir einen Hut kaufen. Mein Sohn, es tut mir leid. Nenn mich nicht so. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, wer der Mann ist. Ich wusste es nie. Das ist gelogen. Das stimmt nicht. Ich schwöre es. Und du glaubst, das kaufe ich dir ab? Bevor ich heute Abend zu meiner Mutter fuhr, hatte ich dich gefragt, ob du mir noch irgendetwas sagen möchtest. Ich hatte zwar einen Verdacht, aber ich wollte, dass du mir die Wahrheit sagst. Ich habe darauf gewartet, aber du hast geschwiegen. Du hast mir nicht mal in die Augen gesehen. Und jetzt verlange ich, dass du mir in die Augen siehst und dann nennst du mir den Namen meines Vaters. Ich kenne ihn nicht. Ich schwöre es. Deine Mutter hat ihn niemals erwähnt. Und ich habe nie gefragt. Das hast du nie getan? Nein. Ja, aber denk doch mal zurück. Reime es dir zusammen. Du hast mit Sophia geschlafen. Meine Mutter war völlig zerstört. Sie fühlte sich ungeliebt, unerwünscht, nicht mehr begehrenswert durch deine Schuld. Warren, das ist viele Jahre her. Ich hätte nicht mal im Traum mit so einem Nachspiel gerechnet. Es steht gerade vor dir. Sowas kommt von sowas. Rein ins Bettchen und neun Monate später ist das Kind auf der Welt. Warren, ich habe dich geliebt wie mein eigenes Kind. Du hast nie was geahnt, oder? Ich habe Mutters Augen und ihr Temperament besitze ich auch. Wenn ich auf deinem Schoß saß, was hast du dir gedacht? Ich fange an zu laufen und zu reden und du suchst nach etwas, das von dir ist, aber du kannst nichts finden. Und du behauptest, nie darüber nachgedacht zu haben. Ich hoffe, dass auch etwas von mir in dir ist, unabhängig davon, wer dein leiblicher Vater ist. Dass ich deine Mutter schlecht behandelt habe, tut mir leid. Aber was dich betrifft, ist da nichts, was mir leid tun müsste. Ich bedauere weder, dass du geboren wurdest, noch, dass ich dich als kleines Kind auf meinen Armen trug. Und ich habe nie daran gezweifelt, ob du mein Sohn sein könntest. Entschuldigt mich. Ah, verdammt, muss das jetzt klingeln? Gerade wurde es interessant. Du solltest beten, dass es nicht küsst. Cassie, du hättest nicht kommen sollen. Ich habe mich um dich gesorgt. Du hast heute viel zu viel getrunken. Ja, und es wird auch noch einiges mehr werden. Was findet hier statt? Warren, hat es etwas damit zu tun, dass du heute bei Augusta warst? Ja, das kann man so sagen. Ich verstehe nicht. Tja, ich auch nicht. Und solange das so ist, kann ich dich nicht sehen. Ich bitte dich, Warren, du machst mir Angst. Sag mir, was das alles soll. Lionel, Mason. Geh bitte nach Hause. Hast du gehört? Wir sollten jetzt alle nach Hause gehen. Meint ihr nicht? Wo auch immer das sein mag. Mason, würdest du dafür sorgen, dass Cassie gut nach Hause kommt, ja? Kein Problem. Danke. Ich werde jetzt gehen. Also dann. Warren, komm. Lass uns reden. Du könntest mir nur eines sagen, was mich interessieren würde. Und solange es dir nicht möglich ist, mir das zu sagen, lass dich nicht bei mir blicken. Das ist doch nicht dein Ernst. Wetten wir. Hier sind ja so viele Leute. Hallo, Cruz. Warren, was machst du hier? Das weiß ich nicht. Frag die anderen. Warren! Lass ihn gehen. Er hat zu viel getrunken. Ich passe auf, dass er sich nicht ans Steuer setzt. Was gibt's? Ich sehe mich in der Gegend um. Es gibt wohl noch keine Spur von Hand. Nein, bislang war nichts. Seit diese Leute kamen, ist doch niemand gegangen. Miss Keppels Wagen stand schon in der Auffahrt, als sie zum Dienst kam. Sie rief an und sagte, sie wolle schlafen gehen. Das hat sie mir auch gesagt, aber es klang irgendwie merkwürdig und ich dachte, ich sehe nochmal vorbei. Na, zum Glück hast du Cruz keinen Tipp gegeben oder so. Ach, das spielt auch keine Rolle. Ich hoffe, du bist soweit. Es ist Showtime. Liebe und Leidenschaft, Intrigen und Hass. Wie es weitergeht, erfahren Sie schon morgen zur gewohnten Zeit im Kalifornia-Clan hier bei RTL. Ciao. 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 indicated